die 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 so Musik und Spiel start jetzt spiel als meine wieder auf jetzt spiel A A oder D Oh Junge Was soll ich machen? Hä? Musik 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 Oh so kann man auch ganz einfach machen, wow, what the fuck? Wie sinnlos ist denn bitte das Spiel? Jo, jetzt muss ich es einfach mal wieder so drehen und jo, alter, was ein lehmes Spiel. Du kriegst ja sogar Erfahrung. Ich muss mich erstmal darum kümmern, dass diese Steine, die nach da oben lagen, weiterhin mitkommen. Oh Gott ey, dieses Spiel ist auch ein bisschen schlecht. Aber dieses Tower-Defense-Ding war ja schon nicht sonderlich toll. Aber das hier ganz im Ernst. Alter, und es leckt jetzt auch noch so ein bisschen, weil ich gerade im Hintergrund Videos rendere und dachte, boah ey, das kann ich jetzt bestimmt richtig gut aufnehmen, weil das so voll nicht viel Arbeitsspeicher verbraucht. Ja, dann dachte sich mein Computer anscheinend Bullshit und bringt mich hier anscheinend mit dem... WTF? Ich hatte das Spiel nicht. Ohne Spaß ey. Ist egal. ja einfach mal zurück in den titel dingens das spiel von a10.com happy birthday max was nur mal so mein name ist max ich heiße auch auf dieser spielseite max 4461 was what the fuck dieses spiel liebt mich quasi hey ich meine das ist doch hä musik aber die musik ist geil einfach nur awesome ja das war es auch schon bewerten und so weiter in der video beschreibung steht wahrscheinlich wieder der link für dieses wunderschöne spiel ja ich kann euch mal den genauen link ansagen www.jetspielen.de slash spiel slash rohstoffe minus sammeln so und jetzt musik an und tschüss